Lasst uns gemeinsam das Snuggle Bunny häkeln. Dieser niedliche Wegbegleiter wird Kinderaugen zum Strahlen bringen und eignet sich perfekt als Geschenk. Alles was du brauchst ist Baby Snuggle, eine Häkelnadel in der Größe 6, ein paar Maschenmarkierer, eine Stopfnadel, Füllwatte und Sicherheitsaugen. Die Anleitung zu dem Snuggle Bunny gibt es auch noch einmal als PDF zum Herunterladen. Den Download-Link habe ich dir in der Videobox verlinkt. Wir beginnen mit dem Kopf des Häschens. Dazu bildest du einen Maschenring und häkelst 6 feste Maschen in den Ring hinein. Anschließend in Runde 2 werden wir 2 feste Maschen in alle Maschen der Runden häkeln und kommen dann von 6 auf 12 Maschen. In der dritten Runde häkelst du eine Runde fester Maschen und wir bleiben bei 12 Maschen. Weiter geht es mit Zunahmen und zwar von Runde 4 bis 7, wo wir jeweils den Abstand vor der Zunahme um eine Masche vergrößern. Also wir fangen in Runde 4 an mit einer festen Masche in die erste Masche und dann 2 feste Maschen in die nächste Masche. Insgesamt haben wir dann 18 Maschen. Weiter geht es mit Runde 5. Eine feste Masche in die nächsten 2 Maschen und 2 feste Maschen in die nächste Masche häkeln. Dann haben wir 24 Maschen. In der Runde 6 und 7 machen wir das gleiche, bloß in die nächsten 3 Maschen und in die nächsten 4 Maschen. Dann haben wir 30 und 36 Maschen. Runde 8 und 9 bestehen aus einer Runde fester Maschen. Und zwar haben wir dann 36 Maschen für beide Runden. In der Reihe 10 werden wir auch wieder eine Zunahme häkeln und zwar eine feste Masche in die nächsten 5 Maschen und 2 Maschen in die nächste Masche häkeln. Dann kommen wir auf 42 Maschen. Es folgen 2 Runden mit festen Maschen, wo wir jeweils 42 Maschen in der Runde häkeln. Nach der letzten Runde, also Runde 12, können wir nun schon die Augen zwischen den Runden 7 und 8 mit ca. 7 bis 8 Maschen Abstand einsetzen. Die nächsten 6 Runden bestehen nun aus Abnahmen, wo wir pro Runde die Anzahl der festen Maschen vor der Zunahme verringern werden. Jeweils eine Masche. Und zwar fangen wir an mit Runde 13. Eine feste Masche in die nächsten 5 Maschen häkeln wir dort. Und dann werden 2 feste Maschen zusammen gehäkelt. Dann kommen wir von 42 auf 36 Maschen. In der nächsten Runde machen wir genau das gleiche, bloß dass wir in die ersten 4 Maschen feste Maschen häkeln und dann die Abnahme, also dann 2 feste Maschen zusammen. Das bedeutet 30 Maschen für diese Runde und nun kannst du auch beginnen den Kopf zu stopfen und stopfe auch laufend weiter bis das Loch geschlossen ist. In Reihe 15, 16 und 17 machen wir auch wieder das gleiche. Erst eine feste Masche in die nächsten 3 Maschen und dann 2 zusammen häkeln, dann eine in die nächsten 2 Maschen und 2 zusammen und eine in die nächste Masche und 2 Maschen zusammen häkeln. Das bedeutet für Reihe 15, 16 und 17, 24, 18 und 12 Maschen. In der letzten Runde werden wir dann 2 feste Maschen zusammen häkeln und kommen dann von 12 auf 6 Maschen. Nun kannst du das Loch schließen und die Fäden vernähen. Wir fangen an mit der Vertiefung für die Augen. Dazu nimmst du dir einen Faden und der wird dann durch den Kopf hindurch gezogen und auf der einen Seite des Auges wieder herausgezogen. Anschließend stichst du mit der Nadel auf der anderen Seite des Auges ein und durch den Kopf durch zum anderen Auge. Und steche ihn wieder neben der anderen Seite des Auges ein und zieh ihn durch den Kopf hindurch zurück. Und jetzt hast du 2 Enden, die aus dem Kopf heraushängen. Ziehe an beiden leicht, bis die gewünschte Tiefe der Augen erreicht ist und dann vernähst du die Fäden. Anschließend habe ich noch mit Rosa die Häschenschnute aufgemäht. Weiter geht's mit den Ohren. Die erste Runde besteht aus einem Maschenring und dort werden wir nun 6 feste Maschen in den Ring hinein häkeln. Anschließend folgt Runde 2 mit jeweils 2 festen Maschen in alle Maschen der Runde. Das bedeutet, dass wir dann von 6 Maschen in der Runde auf 12 Maschen kommen. Weiter geht es mit 2 Runden mit Zunahmen. Runde 3 besteht aus einer festen Masche in die erste Masche und dann werden 2 feste Maschen in die nächste Masche gehäkelt. Das wiederholst du bis zum Ende der Runde. Dann haben wir insgesamt 18 Maschen in dieser Runde. Und für Runde 4 machst du das gleiche, allerdings werden nun jeweils eine feste Masche in die nächsten 2 Maschen gehäkelt und dann 2 feste Maschen in die nächste Masche. Dann kommen wir auf 24 Maschen in der Runde. Von Runde 5 bis 9 wirst du insgesamt 24 feste Maschen in jede Runde häkeln. Als nächstes geht es jetzt ans Abnehmen und dazu werden wir nun in Runde 10 eine feste Masche in die nächsten 6 Maschen häkeln und dann die nächsten 2 feste Maschen zusammen häkeln. Und das machst du bis zum Ende der Runde. Wir kommen von 24 auf 21 Maschen. Runde 11 besteht aus einer Runde feste Maschen. In der Runde 12 werden wir dann eine feste Masche in die nächsten 5 Maschen häkeln und 2 feste Maschen zusammen. Insgesamt kommen wir dann auf 18 Maschen. Gefolgt wird dies von einer Runde 13 mit jeweils einer festen Masche in alle Maschen. Runde 14 machen wir auch nochmal das gleiche. Eine feste Masche in die nächsten 4 Maschen. Dann 2 feste Maschen zusammen häkeln. Wir kommen dann auf 15 Maschen in der Runde. Und Runde 15 und 16 sind jeweils eine Runde aus festen Maschen mit jeweils 15 Maschen. In Runde 17 häkelst du eine feste Masche in die nächsten 3 Maschen und 2 feste Maschen zusammen. Dann haben wir 12 Maschen in der Runde. Runde 18 bis 21 bestehen aus einer Runde fester Maschen. Insgesamt 12 Maschen. Runde 22. Hier häkelst du eine feste Masche in die ersten 2 Maschen und 2 feste Maschen zusammen. Das wiederholst du bis zum Ende der Runde und wir haben 9 Maschen. Runde 23 und 24 bestehen aus einer Runde feste Maschen. Insgesamt 9 Maschen pro Runde. Danach faltest du die Ohren flach aufeinander und häkelst sie mit festen Maschen zusammen. Schneide den Faden so ab, dass ein langes Stück zum Annähen dran bleibt. Und dann kannst du entweder jetzt schon die Ohren an deinen Kopf annähen oder später. Wir werden jetzt den Körper unseres Snuggle Bunnies häkeln. Und zwar fangen wir wie gerade auch die letzten Male mit einem Maschenring an und häkeln 6 feste Maschen in den Ring hinein. Weiter geht es mit 2 festen Maschen in alle Maschen der Runde von Runde 2. Das heißt wir haben dann 12 Maschen. In Runde 3, 4, 5, 6 und 7 werden wir Zunahmen häkeln. Dabei fangen wir an mit einer festen Masche in die erste Masche und 2 feste Maschen in die nächste Masche. Und die Anzahl vor den Zunahmen werden wir nun jeweils per Runde um eine Masche vergrößern. In der 4. Runde ist es dann eine feste Masche in die nächsten 2 Maschen. In der 5. eine Masche in die nächsten 3 Maschen. In die nächsten 4 und in die nächsten 5. Und jeweils folgt darauf eine Zunahme, also 2 feste Maschen in die nächste Masche. Runde 3 besteht aus 18 Maschen, 4, 24, 5, 30, 6, 36 und 7, 42. In Runde 8 werden wir nun eine Runde feste Maschen häkeln. 42 Maschen bedeutet das. Und das gleiche machen wir auch für Runde 9 und 10. Wir werden nun Abnahmen häkeln. Runde 11 besteht aus einer festen Masche in die nächsten 5 Maschen. und 2 feste Maschen zusammen häkeln. 36 Maschen haben wir dann und darauf folgt eine Runde fester Maschen. In Runde 13 machen wir das gleiche, bloß in die nächsten 4 festen Maschen. Wir haben dann insgesamt 30 Maschen. Es folgt eine Runde fester Maschen. Und in der Runde 15 werden wir eine feste Masche in die nächsten 3 Maschen häkeln und 2 feste Maschen zusammen. 24 Maschen haben wir dann und das machen wir noch einmal in Runde 16 mit einer Runde fester Maschen. Runde 17 besteht auch aus einer Runde fester Maschen. Und dann kannst du schon mal anfangen, den Körper zu stopfen. Für Runde 18 häkelst du eine feste Masche in die nächsten 2 Maschen und 2 feste Maschen zusammen, bis du auf 18 Maschen kommst. Es folgen 2 Runden mit jeweils einer festen Masche in alle festen Maschen. Und Runde 21 besteht dann aus einer festen Masche in die nächste Masche und 2 feste Maschen zusammen. Dann hast du 12 Maschen. Und in Runde 22 wirst du noch einmal 12 feste Maschen in die Runde häkeln und kannst nun den Körper ganz stopfen. Schneide den Faden so ab, dass ein langes Stück zum Annähen dran bleibt und nähe dann den Körper an den Kopf an. Oder mach das ganz am Ende. Wir werden jetzt 2 Beine häkeln und da machen wir eigentlich genauso weiter, wie wir gerade schon gehäkelt haben. Das heißt, Runde 1 besteht aus einem Maschenring und 6 festen Maschen in den Ring hinein. Danach folgen 2 feste Maschen in alle Maschen der Runde. Und Runde 3 geht weiter mit einer festen Masche und 2 feste Maschen in die nächste Masche. Runde 4 besteht aus einer Runde fester Maschen. Und Runde 5 besteht dann aus einer festen Masche in die nächste Masche häkeln und 2 feste Maschen zusammen häkeln. Von Runde 6 bis 14 jeweils eine feste Masche in jede Masche der Runde. Stopfe die Beine anschließend ein wenig, falte sie flach aufeinander und häkle sie mit festen Maschen zusammen. Hier einmal auf der linken Seite ein Bein und auf der rechten Seite einen Arm. Die Arme werden fast genauso wie die Beine gehäkelt. Du bildest einen Maschenring und häkelst 5 Maschen in den Ring hinein. Dann folgen 2 feste Maschen in alle Maschen der Runde. Wir kommen dann auf 10 Maschen, eine feste Masche häkeln und 2 feste Maschen in die nächste Masche. Dann eine Runde feste Maschen häkeln. Runde 5, eine feste Masche in die nächste Masche häkeln und 2 feste Maschen zusammen häkeln. Und in Runde 6 bis 15 wirst du jeweils eine Runde feste Maschen häkeln und kommst dann auf 10 Maschen. Im Anschluss stopfst du auch wieder den Arm ein bisschen und er wird wieder flach gefaltet und mit festen Maschen zusammen gehäkelt. Hinterlasse auch wieder ein Stück Faden, das so lang ist, dass es zum Annähen reicht. Jetzt haben wir alle Teile unseres Snuggle Bunnies gehäkelt und ich habe sie zusammengefügt und bin so stolz auf das Endergebnis. Dies ist wirklich ein super süßes Kuscheltier geworden, das dem Kleinen hier im Wagen hoffentlich noch viele Jahre Freude bereiten wird. Gib diesem Video gerne einen Daumen hoch, schau dich auf diesem Kanal um und wir freuen uns darauf, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.